Die Tierärztliche Klinik für Pferde in Brockhagen im Herzen von Westfalen bietet in einem historischen Ambiente sämtliche Behandlungen, minimalinvasive Eingriffe und Therapien bis hin zur Orthopädie, einschließlich der speziellen Lahmheitsdiagnostik. Unsere Röntgen- und Ultraschallräume dienen tiefergehenden Untersuchungen, um qualifizierte Diagnosen zu erstellen. In unserem Operationsraum können erforderliche operative Eingriffe bei Ihrem Pferd vorgenommen werden. Wir gewährleisten eine entspannte Genesung mit optimalen Aufenthaltsbedingungen bei individueller Betreuung Ihres Pferdes.